Herzlich willkommen, der Anwaltskanzler Andreas Mauritz. Heute gibt es etwas zum Thema Kfz-Leasing. Die Krise der Automobilindustrie ist in aller Munde. Von daher ist zu erwarten, dass die Automobilindustrie, die Autohäuser wieder versuchen werden, natürlich die Anmeldezahlen nach oben zu pushen. Und was liegt näher, als wieder günstige Leasingangebote auf den Markt zu werfen. Verlockendes Angebot, schönes Auto, nagelneues Auto für schmale Münze, kleine Anzahlung, Schlusszahlung am Ende. Und ist doch alles super. Das Problem ist, dass des Öfteren, zumindest meine Erfahrung, das dicke Ende dann ganz am Schluss kommt, wenn man das Kraftfahrzeug nämlich zurückgibt. Und warum? Naja, grundsätzlich ist es natürlich so, ich lease das Fahrzeug und ich muss es, was ich vorher schon gesagt habe, natürlich irgendwann zurückgeben. Die Leasinggesellschaft hat natürlich im Kopf sich überlegt, was mache ich mit dem Fahrzeug? Und wird das Fahrzeug dann irgendwo auf dem freien Markt regelmäßig veräußern wollen? Und wenn dieses Fahrzeug dann nicht mehr ganz so gut aussieht, wie am Anfang, was bei einer Nutzung naturgemäß der Fall ist und auch nicht den Erwartungen entspricht, den der Leasinggeber gehabt hat, dann, ja wie soll ich das sagen, dann gibt es ein paar Begehrlichkeiten und die Begehrlichkeiten sind, dass ich letztendlich jede Macke und jeden Schaden dem Leasingnehmer, also dem Nutzer, in Rechnung stelle. Und letztendlich sage, naja, da muss ich Ausbesserungsarbeiten machen, da muss ich eine kleinere Reparatur machen, da brauche ich vielleicht neue Räder und so weiter. Das ist eine sogenannte übervertragsgemäße Abnutzung und die stelle ich dir in Rechnung mit der Konsequenz, dass ich faktisch wieder Neuwagen habe. Und wenn man da nicht aufpasst, dann macht man einfach ein paar Fehler, lässt sich zu bestimmten Dingen hinreißen mit den Konsequenzen, dass man dann auch tatsächlich bezahlen muss. Also das Erste ist mal, wenn man den Leasingvertrag abschließt, dann kann ich nur die dringende Empfehlung schon mal abgeben. A, den Leasingvertrag durchzulesen, das sollte man sowieso immer tun, aber auch mal konkret definieren, was ist denn die vertragsgemäße Nutzung. Wenn man jetzt ein Kleingewerbe zum Beispiel hat oder gern in die Berge fährt, dann sollte man das in den Leasingvertrag aufnehmen. Wenn ich nämlich ein Kleingewerbe habe und bestimmte Dinge hin und her transportiere, ich liefere PCs zum Beispiel aus, naja, dann habe ich ein Kombi und dass da hinten in dem Kofferraum oder im Laderaum natürlich etwas hin und her rutscht, dass es da dann zu Macken kommen kann, dass ich, wenn ich etwas über die Ladekante ziehe, dass es da auch zu Macken kommen kann, das ist natürlich völlig klar. Aber wenn ich das nicht ausdrücklich regle, dann weiß ich ja überhaupt nicht, was ist denn die vertragsgemäße Nutzung. Also das ist schon mal die erste Empfehlung, dass ich einfach konkret mal in den Vertrag, gegebenenfalls in der Anlage sage, okay, also ich brauche das Fahrzeug für A, B, C und das legen wir als vertragsgemäße Nutzung fest. Wenn ich dann das Fahrzeug zurückgebe, dann muss ich natürlich schauen, was für Mängel werden denn festgestellt. Und da kommen dann die Autohäuser meistens um die Ecke und sagen, ja, da haben wir so ein kleines Aufnahmeprotokoll, da schreiben wir und das müssen Sie dann lieber Kunde unterschreiben. Weit gefehlt, unterschreiben muss ich gar nichts. Denn je nachdem, wie das formuliert ist, dieses Protokoll, haben Sie nämlich ein Anerkenntnis abgegeben. Und dann können Sie hinterher nicht mehr sagen, ja, aber das stimmt ja gar nicht oder das war so und so, sondern dann haben Sie ein Anerkenntnis abgegeben, von dem Sie nur sehr schwierig wegkommen. Gelingt immer mal wieder. Aber da sind Sie natürlich schon ein bisschen auf das Wohlwollen des Gerichts angewiesen. Also von daher, Sie müssen dieses Abnahmeübergabeprotokoll nicht unterschreiben. Wenn Sie es unterschreiben, dann schauen Sie bitte sehr sorgfältig, ob da irgendwie drin steht, ich akzeptiere die Mängel, ich übernehme die Haftung für diese Mängel oder Schäden oder irgendwas, dann streichen Sie das raus. Denn Sie müssen es ja nicht unterschreiben. Also, wenn Sie es trotzdem unterschreiben, dann sind Sie natürlich jederzeit in der Lage, bestimmte Veränderungen vorzunehmen. Und was dann ganz arg wichtig ist, die Kopie, also die Durchschrift von diesem Exemplar, lassen Sie sich auf alle Fälle geben. Das Nächste ist natürlich, dass man überhaupt nicht für alle Mängelschäden, wie man es auch immer nennen will, haften muss. Die Rechtsprechung hat dann nämlich einen sehr detaillierten Katalog entwickelt. Und in diesem Katalog sagt die Rechtsprechung nämlich, naja, was ist denn Leasing? Leasing ist faktisch nichts anderes als eine Miete. Ich bezahle die Leasingrate ja nicht nur, damit ich das Auto anschaue, dass es in einer Garage steht, sondern ich bezahle, damit ich es nutze. Und wir wissen alle im Straßenverkehr, wie es da zugeht. Ich gehe mit meinem Fahrzeug zum Einkaufen. Ich stelle mein Fahrzeug auch exakt zwischen die Striche, die in den Parkplatz kennzeichnen. Ich komme zurück und habe irgendeine Macke drin. Das ist typischerweise etwas, was mit den Leasinggebühren, besser formuliert mit dem Leasingrat, natürlich mit abgegolten ist. Die Rechtsprechung sagt zum Beispiel, leichte Schrammen, Kratzer, Beulen gehören im Rahmen eines Leasingvertrags zur vertragsgemäßen Abnutzung und stellen keinen Schaden dar. Kratzer am Dach, an den Hauben, leichte Einbeulungen, an Türen, es stellen ebenfalls eine vertragsgemäße Nutzung dar. Wir haben einfach engen Parkraum. Leichte Lackschäden, zum Beispiel hinten am Tankstutzen, sind typischerweise Mängelschäden, die mit der Leasingrate mit abgegolten sind. Steinschläge, insbesondere kennen wir alle Windschutzscheibe. Da kommen nämlich die Leasinggesellschaften meistens auf die Idee und sagen, ja, wir müssen die komplette Windschutzscheibe austauschen. Also erstens mal nein und zweitens, das ist auch eben typischerweise etwas, was mit der Leasingrate abgegolten ist. Steinschläge, Schrammen am Stoßfänger, oberflächliche Lack- und Blechschäden, die bereits aufgrund geringer Berührungen eintreten können, sind keine übervertragliche Nutzung eines PKWs. Also, wir haben eine ganze Latte an Rechtsprechung und zwar durch die ganze Bundesrepublik, die eben sagt, da sind gar keine Schäden, für die man einsteht. Und jetzt bin ich wieder beim Übernahmeprotokoll. Diese Schäden werden alle aufgelistet und dann steht hinten irgendein Preis. Und wenn ich diese Schäden natürlich akzeptiere, ja, dann habe ich das Problem, dass ich möglicherweise dafür gerade stehen muss. Das nächste sind die Reifen. Auch ein ganz beliebtes Thema. Wenn im Leasingvertrag nicht konkret geregelt ist, mit welcher Bereifung, also Profilstärke, das Leasingfahrzeug zurückkommen muss, dann sind eben 1,6 mm immer noch in Ordnung, weil damit ist das Fahrzeug verkehrssicher. Dann kann, was sehr oft zu lesen ist im Gutachten, eben nicht die Leasinggesellschaft sagen, ja, das sind ja nur noch 1,6 mm Profiltüfe, damit kann man ja nicht mehr lang fahren und deswegen ist ein Mangel und dann brauchen wir jetzt erstmal vier Reifen, am besten noch mit vier Felgen, weil die Felgen ja auch leicht verschrammt sind. Auch das wäre eben kein Mangel, für den man gerade zu stehen hat. Natürlich ist ganz klar, in meinem Leasingvertrag steht drin, ich muss selbstverständlich für eine Instandhaltung sorgen, aber es geht ja um die Frage, was kann die Leasinggesellschaft als Schadensersatz letztendlich von mir verlangen. Und dann ist das nächste, was man auch wiederum sehr oft dann feststellt, also der Kunde weigert sich und sagt, ja, also das, was Sie da jetzt machen, das unterschreibe ich nicht. Dann kommt meistens der Vertragspartner beziehungsweise der Angestellte und sagt, ja gut, kein Problem, dann bestellen wir einen öffentlichen bestellten und vereidigten Sachverständigen und der kommt dann und der bewertet das und das, was der dann bewertet, das gilt dann. Wenn Sie das unterschreiben, dann unterschreiben Sie eine Schiedsklausel. Dazu sind Sie auch nicht verpflichtet. Aber wenn Sie es abschließen, wie gesagt, das ist eine Schiedsklausel und dann gilt natürlich das, was dieser öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige sagt. Und nur, wenn er offensichtlich daneben liegt, § 319 BGB, nur dann kriege ich noch einen Fuß in die Tür. Ansonsten gilt es. Und jetzt muss man natürlich einfach mal nüchtern sehen, das Autohaus wird aller Voraussicht nach immer mit den gleichen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen zusammenarbeiten, ohne dass ich das irgendwie wertend wissen will. Aber wenn man einen gewissen Ermessensspielraum vielleicht auch hat als Sachverständiger, dann liegt es vielleicht doch ein bisschen auf der Hand, dass man sagt, naja, von dem kriege ich regelmäßig einen Auftrag, da bin ich möglicherweise etwas wohlwollender. Jedenfalls muss Ihnen eben auch klar sein, das ist nicht notwendig, dass Sie sich auf eine solche Schiedsklausel einlassen. Aber wenn es bei der Rückgabe irgendwelche Probleme gibt, insbesondere wenn jedes Detail aufgelistet ist, so wie ich es gesagt habe, leichte Schramme, leichte Macke, Steinschlag und so weiter, ist die Empfehlung, lassen Sie sich vom Anwalt beraten. Dieses Geld ist mit Sicherheit gut angelegt, bevor Sie Hunderte oder manchmal sogar Tausende von Euros bezahlen müssen, damit das Kraftfahrzeug wieder so hergerichtet wird, wie wenn es ein Neuwagen gewesen wäre. Wenn Sie dazu noch irgendwelche Fragen haben, melden Sie sich. Unten sehen Sie eingeblendete Telekommunikationsdaten. Da kann man Ihnen dann mit Sicherheit auch wieder helfen. Vielen Dank und beim Thema Kraftfahrzeug bleiben Sie sicher. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.